Klausi! Also ich muss sagen, jetzt bin ich gefahren mit dem DPG Original Rennradl und ich bin begeistert. Wenn ich das beim Ironman gehabt hätte, hätte ich eine Stunde eingespart. Klausi, der Ironman kommt ja wieder und du wirst sicher wieder antreten mit dem DPG Aero Action Lenker im Jahr 2020 oder wann? 2020 bin ich dabei, aufwärts zu fahren, die Schaltung war Traum, abwärts zu fahren mit dem originalen Aero Lenker. DPG Dynamik Berggriff, der erste Lenker der Welt, der auf einem Rennrad in dieser aerodynamischen Position aufgebaut wurde. Patent 1982, DPG Dynamik Berggriff, ein legendärer Lenker. Und dazu das passende Radl, Klausi. Ein reinrassiger Italiener, eine Zanella Version. Zanella hat diese Rahmen gebaut in Castions di Zopola. Ich weiß nicht, ob es diese Firma heute noch gibt, aber ein echter klassischer italienischer Roman aus der alten Zeit der 80er Jahre. Klausi und du bist super gefahren heute. Und die Storeyka wartet und die Schole werden wir rausgeben. Der Schole tut schon die Pedale montieren und das passt. Der Schole muss jetzt noch ein bisschen tunen, damit er mal nachkommt, aber es wird schwer werden. Es wird schwer werden, aber ich werde ja in einem Plan Fußsprung lassen. Und das Wolltrikot ist zum Tragen. Kalt wäre damit. Ich weiß nicht, sind das die spanischen Farben oder was, das Gelb-Rot? Gelb-Rot ist spanisch. Ich weiß nicht, aber irgendein originales Trikot. Ja, also auf jeden Fall Radspurt Petermann von oben bis unten. Ja, es ist original, es ist original. Super, Klausi. Danke. Danke auch.